So meine Freunde, da sind wir in einer neuen Aufnahme hier für NIA Automata. Wir werden gleich, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass wir noch irgendwie noch mehr Zeug machen müssen, aber wir werden so ziemlich bald gleich, hoffentlich schnell, in die OpenWood durchstarten. Ja, dann fläuste ich denn das so. Ich kann mal noch, nicht nur die Tassen. Nein, die war es nicht. Jawohl. So. Ja, nein, Esther freut sich auch her. Komm. So. Das ist unser Zimmer. Wir müssen in die Anhöchtung. Wir hatten uns ja in der letzten Aufnahme hier schon umgeschaut. Oh, läuft euch dagegen, Tobi. Was soll das hier? Hier geht es lang. Jawohl. Oh. Hallo, wer bist du denn? Ja, eine Jura-Soldatin. So, B ist hier. Hier läuft alles glatt. Äh, was mir besonders aufgefallen ist. Oh, warte. Jetzt habe ich außerdem was übersprungen. Äh, geh mir nicht auf die Nerven. Was ich hier berichte, das geht dich ja mal gar nichts an. Ach, ich habe hier ein kleines Problem. Mach dir keine Sorgen. Hey, jetzt mach, dass du wegkommst. Okay. Geh mir nicht auf die Nerven. Was hat die denn kein Problem? Können wir das sehen? Nee. Hä? Ach, sag ich gerade die Jogasilie-Soldatin läuft mir in der Jahrh mae. Warte mal, nein, es. Ach, ey, 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 ey. Mittlerer Erholung. Das ist schon mal sehr schön. genau springen können viele leuten operator die kommandos sind zu was pathetisch und der inhalt des auftrags wurde noch nicht erwähnt wenn man wenn das mal gut ausgeht na ja ich werde sowieso eine nachricht schicken sobald die erdoberfläche erreicht wurde alle aufgepasst der fortbestand der menschheit liegt in unserer händen reißt euch zusammen und nehmt eure aufträge war mein traum ist es viele maschinenwesen zu besiegen um wie der hauptmann meinen beitrag zum triumph der menschheit beizusteuern mir liegt das kämpfen nicht und doch bin ich ja was bin ich einer kampf einheit zugeteilt worden ob ich doch noch zu überwäten umsatteln kann ich glaube dass es zu spät der hauptmann legt viel wert auf formalität er sollte die kommandos sein lassen ich würde viel lieber mit dem auftrag loslegen okay was habt ihr denn von drei geheimen auftrag dass mir keiner was sagt was habt ihr da was wollt ihr für ein blödsinn machen ohne mehr ist es auch eine eine tue einheit wie wir hallo jura seien obwohl der operator alles sorgfältig erklärt verstehe ich ein gar nichts ich frage mich ob ich in andere zur last falle ich nehme an ja die erläuterung des operators sind zu detailliert dabei reichen schon die nötigsten infos wer alles andere improvisiere ich ja geht lange ja was hier oben ist ein überblick des auftrags als nächstes zu den details überblick wurde ich will auch sehen es scheint sehr nervös zu sein wahrscheinlich weil es erst vor kurzem hergestellt wurde es ist es auch so bissl was mich so ganz stört es sind von der spieloberfläche vom ort her und alles sind es immer frauen hier steht der operator hier steht jura soldatin aber sie selber sehen keine unterschiede im geschlecht die wissen sie sind maschinen obwohl sie scheinbar ein bewusstsein haben wie hier die eine die nicht gerne kämpft und trotzdem eine kampfeinheit ist und so weiter oder waren es vorher menschen das weiß ich nicht ob heute ist wirklich alles in ordnung haben sie ausreichend heilmedizin dabei bei sinkenden vitalwerten kommen sie sofort in behandlung es ist okay keine sorge ich habe genug heilmedizin und ich kann gut auf mich selbst aufpassen läuft die kontaktaufnahme zum menschheitsrat liegt allein in händen der kommandantin individuelle nachrichten einzelne jura einheit sind nicht gestattet und was habt ihr gut gemacht die letzte schlacht war ausgezeichnet ich freue mich schon auf die nächste geht doch wir werden uns große büro das ist glaube die erste die wir sind mit langen haben oder und hat die jura soldaten immer alle lange haare er sich das gerade richtig zu kurz nachschauen es soll daten haben alle verbundene augen wie wir auch und nein es aber gut diese operatoren haben wenn die maske auf genau wie es soll daten mit dieser operatoren nicht mit das sind das so dort das sind soldaten aber die operatoren die haben keine verbundenen augen sehr merkwürdig wo ist eigentlich das hier schön ist jura vor der glory of mankind danke für ihren einsatz verläuft der auftrag reibungslos daten zum auftrag können auf dem hat angezeigt werden falls nötig nutzen sie bitte das passende plug-in chips die passenden plug-in chips so okay okay so dann gehen wir zur kommandantin wir auf ihrem bildschirm rumtatschen nehmen na ah 2b maintenance finished Ja, Commander. Du hast deine Black Box getötetet, um zu verletzen den敦igen. Bold, aber riskierend. Versuch nicht so zu retten, nächste Mal. Entstanden. Ich weiß, dass du aus der Behandlung aus, aber ich habe eine andere Mission für dich. Ich brauche, dass du nach der Surface gehst. Verstehen mit den Resistanceern und machen ein paar Recon. Doesn't Yorha haben schon ein dedicated Resistance Kontakt? Wir haben nicht in Kontakt mit ihnen. So wir brauchen, dass du das auch nachdenken. Entstanden. Hörte auch langer Haare. Sagt dir noch was? Besteht es um den Auftrag? Die Daten zum Zielort haben dich erreicht, oder? Ja, ja, haben sie. Bin ja schon auf dem Weg, Euler. Boah, weil ich sage so gerne Eulen. Ne, gibt es so viele Eulen. Ich hoffe, wir kriegen wirklich einen. So, dann haben wir ja mit allen schon geredet und sagen dir jetzt was anderes. An der Erde werde ich mich da sehen können. Ja, noch. Auf, Euler! Oh, nein, 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 nein. So, hier waren wir ja eh schon. Oh, hallo. Ich will mit dir spielen. Ist jetzt einfach eingestiegen? Werde gar nicht gefragt. Okay. Okay. A2B. Warum hast du einen Modell von Combat-Modell wie du zu einem Recon-Job? Wenn alles ist Intel, unsere Modell-Scanner-Modell sind für das, was. Ordens sind ordentlich. Okay, okay. Oh. Uh, Rakete. Oh, krass. Was ist das denn? Boah, übel. Stufe 5, jawoll. Soll ich Stufe 5. Sehr geil. Aber er nimmt nicht viel Schaden. Oh, aber, 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 so kann man erzielen. Ich bin sehr amusierend. Uuh, wir landen! Ah, diese Musik ist so grandios einfach, so echt grandios! Ui, eine 60 FPS Sequenz? Was ist hier kaputt? Hey, bleib hier! Ach, komm schon! So, wir kämpfen jetzt mit N1S zusammen, sehr genial! Bam! Irgendwann muss ich mir umgucken hier, guck mal hier hinten! Äh, da ist nichts! Wird bloß noch einschwert? Kein Zugriff darauf! Okay, wir brauchen da irgendwas! Oh, das ist schon ein bisschen low! Oh! Schon ein bisschen sehr low! Nennt er das da hinten? Oh, das direkt hier in so einer Kiste, wo man wirklich durchgucken kann, oh mein Gott! Äh, Playstation Spiel halt, ne? Was will man da machen? Oh, da liegt da doch was! Wir rennen, so soll man mal bisschen schneller! Aber, war wirklich überall hier? Ach Leute! Schaut mal wie das aussieht! Ne! Ich soll euch schon ein bisschen Mühe geben da! Ich will Zeug finden, hier geht's! Ruinenstadt. Errungenschaft, Spuren des Reichstums, Minikarte. Die Minikarte in der rechten unteren Bildschirmecke zeigt dir das Gelände rund um deinen aktuellen auf dem Halsort. Das blablabla-Symbol zeigt dir dein Ziel, also richtig, falls du dich verläutest. Ah, das werden wir tun, dann müssen wir trotzdem hierher. Ah, sind genug? Ah, komm, komm auch so hoch. Ah, ja, wir müssen hoch springen und du Affe? So, okay, wir haben jetzt einen neuen Zielpunkt. Nehme an, wir können da nicht runter, wir können jetzt so glaube ich nicht speichern, ne? Ja, geht nicht. Oh, sieht schon sehr cool aus. Weißt? Aber man darf echt nicht zu genau hingucken. Oh, eine Leiter, ich sehe eine Leiter. Das wäre schlauer gewesen. Oh, da gibt was. Oh, die gibt es mehr. Den wir ernst erhalten. Achso, wir brauchen ja Ressourcen. Zum... Oh, kein Zugriff, okay. Hier was? Gut, sie will in einem anderen. Okay, ich glaube, hier werden wir sogar gleich mal rausgehen. Ich will erstmal wieder hoch. Ja, genau. Da ist nach oben, Eule. Wir haben jeden Stockgang raus. Was? Gibt fast so aus, nicht? Ich will abspringen. Hä? Wir sind immer nach unten. Hä? Oh, ist hoch. 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 na springt sehr hübsche animation nein schein ist in welchem stockwerk waren wir denn jetzt ganz unten noch mal es so schön war ich weiß ja heute an den arsch sehen ja bitteschön warum können die da keine in Ordnung Unterbuchse verpassen Mensch er ist nicht sagen das haben Männer programmiert aber naja so wir sind um versuchen diesmal nicht runter zu fallen wenn es geht ja 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 hier ja ja hier waren wir weg wir brauchen wir auch nicht unser kleiner kollege leuchtet und wir die ganze zeit unser pot so ja da guckst du uuuu screen shot und jetzt schon echt beeindruckend aus ich könnte jetzt wirklich die halbe ewigkeit nur wie die map angucken das wird auch sehr wahrscheinlich passieren und ab nach unten so eine ganze unten wollen wir gar nicht ach kommt schon los an die leiter die leiter doch falle nicht runter ich hasse controller ja wir doch so dann werden wir uns mal in die welt begeben richtig geil was weiter wir brauchten irgendwas zu verbessern wo nur einen teil brauchten und den anderen immer zehn ich habe vergessen was es war das wird wohl relativ sehr auch kommt Leute nicht so was geht doch nicht ich weiß es in der open world immer relativ schwierig wo das sind Sachen die müssen nicht sein gut oder so können wir uns nicht ne so wie die Textoren dahinten aussehen sollen wir da eh nicht rein ich will zeug sammeln gib mir zeug wir holen das ist die das ist Was ist das? Karteninformationen freigeschaltet. Oh, cool. Und einen Speicherpunkt. Oh, yeah. Fortschritt gespeichert. Ja. Ach so. Ja, hat er schon. Okay. Einde stehen da und stornen Läscher in die Luft. Wollen sie eventuell den Boden angreifen? Ähm, wo war es die Karte? Ah, hier. Ganz vorne. Innenstadt. Ah. Ah. Okay, hier gibt es irgendwas. Das Ziel. Überall Zeug. Ich will Zeug haben. Es ist ein Loch. Ein Riesenloch. Weißt, wir gehen dahin. Äh, wo sind die Karte? Da. Ich will das Loch sehen. Das ist ein Loch. Ich will ein Loch sehen. Das sieht schon echt cool aus. Meins. 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 Was ist das? Was bist du? Körper. Prinz. 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 Ra. Prinz. ausgewählte Effekte basieren auf den Chips, die der Spieler ausgerüstet hatte. Der Körper folgt dir und hilft dir im Kampf. Maximal einer. Ein einsamer Schwertkämpfer verlor die Schlacht. In einer in grün versunkenen Stadt. Oh. Was soll ich machen? Ich glaube, wir brauchen noch keinen, der uns unterherläuft. Gegenstelle erhalten. 130 Geldmittel, physische VTD, Waffenangriff plus 2, Waffenangriff plus 2. Okay. Das ist ja cool. Das ist richtig nice, ehrlich gesagt. Okay. Also die Symbole sind Gegner. Wie war Anvisier? Ne, wie war Anvisier? Achso. Fallum. Kollege, ne, auf nicht, ne, war? Ja, mit dem ist nur ein Schwert. Ne, wir warten jetzt das aus. Na, warte, ne, 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 ne. Nein, 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 ey. Du, das machst du nicht normal, mein Freund. Ich mach' ich mit der Kamera irgendwie weiter weg. Und das ist zu nah. Wee. Was? Selbstbestimmung, nein. Du Gottes Willen. Oh, das hat er runterpunkt. RUTTERPunkt. Will ich tun, ne, was da eigentlich? Nein. Schade. Okay. karteninformationen freigestandet sehr genial gespeichert gleich schon hier sind aber das war ja nicht unser ziel entschuldigung kurz gerüstet meine nase ist total verstopft wenn man die nase putzen kristalle halten sehr gut wir können mal gucken was wir ja zum an den werden doch noch ein anderes menü was hier in einem mittelfall stopp knopf ah genau ausrüstung ändern haben wir noch andere waffen waffen z1 nein ausrüstung ändern waffen waffen z1 waffen fäuste kleinschwerter so das ist das schwert was wir praktisch das jetzt ausrüsten aber dort oben die bloßen fäuste ja der wollte es eigentlich sinnvoller wenn wir schweren angriffe mit dem schwert machen und die leichten mit dem fäuste ist es jetzt die karte ich kriege ich die karte wieder wir die karte wieder weil wir dasselbe waffen sind aber wo sind die kartendaten hin ich kriegte die karte wieder jetzt weiß ich nicht mehr wo ich hin soll gut es wird zu den Ah, oh, 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 break, 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 break. Oh, 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 oh.